Ja, Baba-Kommentary wie immer. Hey, 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 hey! Sieger! Wir haben keine Cam mehr! Wir brauchen die Cam! Schnell, schnell, schnell! Wir machen Sieger-Erro jetzt noch schnell! Auf Cam hier! Schnell Sieger-Erro, schnell Sieger-Erro! Junge! Was war das, Digga? Was für ein kranker Read am Ende! Nimm jetzt hier! Nimm jetzt! Nimm jetzt! Ja, schnell, schnell, schnell! So, schnell! Setz dich hin! Pass auf, okay? So! Ok, kurzes Interview, weil ich muss mich ein bisschen sputen. Oh! Erzähl mal! Bah! Junge! Geiles Set! Geiler Run heute! Der Marv heute clean! Marv ist heute gut drauf! Am Ende nochmal dieser Air-Dodge-Spiegel! Ja, vorbei! Da muss er auch erstmal drauf kommen! Also, ich meine, viele Air-Dodgen bei 100 Prozent! Ich auch! Du auch! Dann steht ihr plötzlich da, so grabbt ins Nichts, so random! Aber ich hatte so ein gutes Gefühl, ich weiß nicht, einfach nur ruhig gespielt! Ja! So gar nicht wirklich, irgendwie so auf Rush oder so! Gerade gegen Duckern, den kannst du vergessen! Ja, ja! Du bist ja bombardiert von allen Richtungen! Aber hat geklappt! Ja, wir Bros im Grand Finals war auch noch nie! Ich hab Bombe gespielt, Digga! Und das ist auch richtig geil, was ihr euch für Kombos hin und hergebt, Digga! Mit diesen Lock-Kombos! Ja, ja, ja! Ich glaube, vor vorletzten Game im dritten Game! War eine, eine Combat, die mir verpasst, aber so richtig übelst mit Double Spike! Double Spike! Ja, aber schon vorbei, ne? Ich dachte, der macht nichts mehr weiter so, ne? Ich dachte, ne, der kommt nicht hinterher! Ja, Digga! Das war crazy! Aber du hast auch verrückte Sachen gemacht, aber mit den Plattformen, auch Lock und dann... Ja, aber das hat so selten geklappt! Weißt du, wenn wir gegeneinander spielen, das klappt immer, wenn man nicht taggt! Ja, aber man fliegt halt so schnell auf die Plattform, da kann man selten... Ja, das Problem ist halt, dass wenn du ihn dann so runterdrückst... Ja, an die Edge geht! Genau, dann musst du aufpassen! Mehr so in die Stage reingehen! Also, von der Plattform in die Stage, also in die Mitte! Ja, wenn du das sagst! Doch, doch! Aber wie es dann weitergeht, weiß ich auch nicht! Ja, ey, crazy einfach! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen! Vielen! Und hier haben wir noch die Medaille! Lennart als TO muss die Medaille jetzt einmal überreichen! Oh, ja! Nein! Das ist ein bisschen verrückt als Abbott drehen! Oh! 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 Komm mal! Komm mal! Okay, tschüss! Aber heftige Teamkommunikation gerade. Nächstes Mal! Komm mal zur IndyZ! Da verprügeln wir euch auch! Scheiße, ich hab doch mein Fleiß! Hier, hier, hier muss ich hin! Das war IndyZ Rising Nummer 14! Vielen Dank für's Eintrachten und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bye!